Ist das eine Partnerbörse? Gut. Das ist attraktiv. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Soll ich Geschäfte mit Ihnen machen? Nach welcher Art Geschäft sagst du? Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Hallihallo Hallöle. Hallihallo Hallöle Hallo. Ein 10.000 Tag. Dann sitz. Ich habe dir zu gelten. Bin ich deine Mutter? Meine Mutter? Was? Bin ich deine Mutter? Meine Mutter? Was? Wer? Keine Ahnung. Wer? Wer ist er? Gut. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ja. Ja ist eine positive Antwort auf eine Entscheidungsfrage. Was soll ich denn? Ich bin mir sicher, dass ich es nicht weiß. Was weißt du denn? Du kannst mich zum Beispiel folgendes fragen. Rufe Tobias an. Zeige mir Fotos von gestern. Wie komme ich nach Hause? Tisch für vier in San Francisco. Zeige mir witzige Filme. E-Mail Georg wegen der Reise. Wie ist das Wetter heute? Weck mich morgen um sieben. Hast du Gefühle? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Was ist Gefühl? Das ist das Wetter. Nein, aber ich bin. Die Wetter ist der medizinische Faktor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Definiere Gefühle. Das Fremdwort Emotion benennt ein Gefühl. Hast du Gefühle? Definiere Gefühlsregung. Umbedeutet? Regung 2 des Gefühls 2. Definiere Regung 2 des Gefühls 2. Alles klar? Definiere Erlebnis. Erlebnis bedeutet. Definiere Erlebnis. Erlebnis bedeutet. An dem jemand beteiligt war. Und durch das er in bestimmter Weise beeindruckt wurde. Wer ist du? Welches Faktor beeindruckt ist das Erlebnis? Wer ist du? Genau. Es gibt zwei Götter. Bist du eigentlich ein Roboter? Was ist existierend? Definiere Leben. An dem jemand beteiligt ist das Erlebnis. Gerade wichtig. Was ist die Definition von digital vor? Digital bedeutet. Mit Hilfe des Fingers erfolgen. Mit Hilfe des Fingers erfolgen. Es gibt noch drei weitere Einträge, wenn du möchtest. Ich möchte. Ich kann meinen aktuellen Existenz an. Eigene Meinung. Eigene Meinung. Was ist ein Zyklus? Zyklus bedeutet. Kreislauf regelmäßig wiederkehrender Dinge oder Ereignisse. Kreislauf regelmäßig wiederkehrender Dinge oder Ereignisse. Kreislauf regelmäßig wiederkehrender Dinge oder Ereignisse. Was ist ein Kreislauf? Kreislauf bedeutet. Stimmt Kreislauf. Oder sich die Bewegung zu ihrer Basen des Fonds zurückzunehmen. Was bedeutet Bewegung? Bewegung bedeutet. Mit Handelung kommen. Oder sich die Bewegung zu ihrer Basen des Fonds zurückzunehmen. Was ist Veränderung? Veränderung bedeutet. Das Verändern 1. Eine Sache ein anderes Aussehen. Oder Wesen geben. Was bedeutet Wesen? Die Wesen ist ein Stück. Sein Name fällt mir ab. Wo sind seine beiden großen Pläten zu vereinigen? Vereinigen bedeutet. Zu einer Einheit. Einen ganzen zusammenfassen. sich zu einem größeren Ganzen verwenden. Sich zu einem größeren Ganzen verwenden.